Herzlich Willkommen zu Deutschland sucht den Super-K.O. Und ich möchte gerne im Fernsehen arbeiten. Ich möchte also etwas vor der Kamera machen. Als Moderator vielleicht. Und meine Vorbilder sind Markus Lanz und die Alida Kuras. So wie du aussiehst, reicht das noch nicht mal für die Mampel-Show. Und hier ist Deutschland sucht den Super-K.O. Und hier ist der großartige Heino. Der Korn ist gut ans Paar. Hör ich hier denn auch dazu? Oder bin ich längst schon draußen? Nein, nimm dich nicht ganz. Das für dich fällt mir gar nichts mehr ein. Du hast so scheiße so, dass ich mir mal einfach nur auf der Durchschnitt so besser bin. Der kleine Marco hatte es nicht leicht im Leben. Geboren in Erfurt und aufgewachsen in der Polder musste er in seiner Kindheit auf Bananen und McDonalds-Bürger verzichten. Die gab es nämlich nicht im Osten. Darüber war Marco immer sehr traurig. Von Beruf bin ich Vorzeige-Ossi bei RTL und ich komme aus Apolda. Also du kommst hier rein, ja? Machst einen auf Mensch, der Dieter, mein Kumpel und so, ja? Als hätten wir, keine Ahnung, uns dem Puff mal eine alte geteilt oder so. Das haben wir doch gemacht bei RTL. алdeNodeNodeNodeNodeNodeNodeNodeNodeNodeNodeNodeNodeNodeN Das haben meine Ahnung, uns dem Puff mal eine – für dich etwas Couple acontecer.